Musik Das sind Szenen aus dem neuen österreichischen Film, die ausgesperrt sind. Ein kleiner Wiener Nazi-Schauspieler wird im Jahre 1942 beim Fronttheatereinsatz verschüttet und zum Invaliden. Komm. Wie schaust du denn du raus, sag einmal. Kannst du nicht aufpassen? Lass mich nicht hoch. Du bist ja ganz staubig, kannst dich wo angelehnt. Schau doch raus. Ich sag, dass ich dir was mit wegschmessen würde. 15 Jahre später mündet der Terror, den er innerhalb seiner Familie ausübt, in eine unfassbare Tragödie. Sadismus und die Tristesse der Nachkriegsjahre, sexuelle Verkrampfungen und die Flucht in Zerstörung, die Kluft zwischen Erwachsenen und ihren Kindern, das alles verdichtet sich, brutal wie ironisch, zu einem Inferno psychischer Defekte. Tischlingssitze und auf faulenden Stängeln der Pfau. Blutende Katzen an Ketten lecken ein Scheunenschrein sich vom verwundeten Pelz. Das ist dumm. Da hast du sie, deine ratengekaufte Nähmaschine. Ich hab so lange dazu gebraucht und ich schau, etwas Selbstgemachtes ist ja viel besser. Für deine Liebhaber, du, du Sau, damit sie sich dein Hintern besser anschauen können. Du hast dir was ausgesucht? Ich schaue das nicht! Was dein Arsch betont ist! Aber ich bin mit einem Bein noch mehr Mann als deine diversen Fotofreunde! Da! Da! Elfriede Jelinek hat das Buch zum Film geschrieben, Franz Nowotny führte Regie. Alexandra Curtis, die Tochter von Christine Kaufmann und Toni Curtis. Paulus Manker, Ursula Knobloch und Karl Kröpfel spielen die Jugendlichen. Bravo, bravo! Das Wien des Jahres 1959 ist der Schauplatz des Films von Jelinek und Nowotny. In den Kinos wurde damals gespielt... Immer die Radfahrer mit Peter Kraus. Sissi Schicksalsjangerer Kaiserin mit Romy Schneider, Karl-Heinz Böhm und Walter Reier. Miekosch im Geheimdienst mit Gunter Philipp. So ein Millionär hat's schwer mit Peter Alexander. 1959 wurde Bruno Kreisky Außenminister und Heinrich Lübcke Bundespräsident. Harald Junker wurde verurteilt, weil er einen Polizisten angegriffen hatte. Und Lou van Burg war mit seiner Show, jede Sekunde ein Schilling, erfolgreich. 1959 heiratete Liz Taylor Eddie Fischer. Clark Gable machte im Salzkammergut Urlaub. Elvis Presley war als Panzersoldat in Wiesbaden stationiert. Und Nikita Kutschow forderte von der UNO die totale Abrüstung. Der Titel, die Ausgesperrten, ist eigentlich gemeint als Paraphrase auf das Sartor-Stück bei geschlossenen Türen. Das ist diese Metaphorik des Eingesperrtseins. Und gemeint ist damit, dass diese jungen Leute, die eben die Hauptfiguren in dem Film sind, ausgeschlossen sind und ausgesperrt sind von dem, was sie eigentlich wirklich wollen. Und sie belügen sich unter vielen intellektuellen Geschwätz eigentlich darüber, dass ihre Wünsche letztlich ökonomisch, also materieller Natur sind. Es war ganz gezielt von uns bedacht, dass wir diesen Film genau 1959, also Ende der 50er Jahre, spielen lassen. Weil 1960 war wirklich eine Zeitenwende. Da sind die Beatles zum ersten Mal aufgetreten in Liverpool. Und dann kam eigentlich diese exzessive Konsumkultur, die sich in den 50er Jahren schon vorbereitet hatte. Swinging London, Mini-Rock, Hotpants und Rock und vor allem der Beat der Neue. Und Ende der 60er Jahre, also die zweite Hälfte der 60er Jahre, war dann schon eigentlich die Studentenbewegung, die mit ihren anarchistischen Ausläufern dann in die 70er und 80er Jahre hineinreicht. Und gezeigt wird einfach, dass diese jungen Leute damals nichts vorfinden, wo sie sich politisch organisieren oder mit wem sie sich solidarisieren können. Und dass so ein Verhalten letztlich zum Individualanarchismus führt und der wiederum in der Katastrophe mündet, das ist eigentlich der Sinn oder das, was wir mit diesem Film wollten. Peter heißt die Hauptfigur im Film, die Ausgesperrten. Ein Jugendlicher, der sich als moralisierender Plauderer gefällt, das wahre, große Verbrechen propagiert, aufsteigen will und die Abhängigkeit vom Vater hasst. Seine Schwächen und Ängste verdrängt er mit Bombenbasteleien und Raubüberfällen. Gemeinsam mit seiner Schwester Anna, deren Freund, und mit einer Klassenkollegin bildet er eine Bande, die sogar einen Anschlag auf die Schule verübt. Die Schule ist explodiert! Das ist ein Wahnsinn! Schau dir das an, wie die umeinander rennen! Wie die Ameisen das Tollste wäre, wenn es eine Bombe wäre! Es wäre dann einmal wirklich gekämpft, wenn sie... Anni, um Gottes Willen, bringt Ihnen Sicherheit! Anni Gunt! Und ich? Ja. Was würdest du jetzt sagen, Sophie, wenn ich wüsste, wer für dieses Attentat verantwortlich ist? Ich würde staunen und mich wundern. Im Jahre 1959 wurde in Churchills Wohnung eingebrochen. Tony Seiler trat als Skirennläufer ab. Und Shirley MacLaine und Jack Lemmon tanzten hier auf dem Wiener Kobenzel Twist. In den deutschen und österreichischen Kinos war damals zu sehen... Hunde wollt ja ewig leben, der Stalingrad-Film. Drei Meter raus mit Johanna Matz und Karl-Heinz Böhm. Wenn die Bombe platzt mit Oskar Siemer und Rudolf Platte. Vater unser bestes Stück mit Ewald Balser. Na ja, so einen Film wie Die Ausgesperrten sollte man eigentlich doch in Österreich in Wien drehen. Und zwar weil er vom Denken her entstanden ist. Österreich und Wien verfügten über eine hunderttausendköpfige Horde von dummen Kleinbürgern, die faschistisch deformiert sind. Und hat ja auch bekanntlicherweise einen Adolf Hitler hervorgebracht, der es verstanden hat, diese Kleinbürger zu sammeln und um sich zu scharen und große Verbrechen zu machen. Und unser Film spielt ja auch beginnt in dieser Zeit und erzählt die Geschichte eines Kleinbürgers, eines fürchterlichen Vaters, der seine Familie terrorisiert. Und von seinen Kindern, die eigentlich dasselbe Schicksal wie er leiden, indem sie auch sich dem Faschismus nähern, indem sie die Torturen des Vaters kompensieren. Also ich speziell mache ein volksnahes Kinoprogramm mit Action, drastisch Humor, bin also weniger dem deutschen Stumpfsinn, dem deutschen Utilitarismus verwandt, als fühle mich mehr zugehörig einem semitischen, slawischen, österreichischen, katholisch präformiert-deformierten Humor. Was ist denn? Die Polizei mit dem Papa. Die kommen ins Hallen. Wegen die Überfälle. Na, was soll man jetzt machen? Anni! Hol die Pistole. Gib her! Der Humor, wie Franz Nowotny in seinem Film Die Ausgesperrten offeriert, verläuft, Zitat, Kontrapunktisch zum Grauen der Handlung, die ihre Glanzlichter aus der Drastik der Darstellung und Aktion bezieht. Zitat Ende. In dieser Szene entdecken die Jungen Aktfotos, die Vater von Mutter gemacht hat, in demütigen, quälerischen Prost. In deinem Ausgift ist kein Zusperren. Aufwachen! Die Sexualität der Jugendlichen ist nicht minder gestört. Peter sucht die Nähe der aus reichem Hause stammenden Schulkollegin Sophie, die wieder den Arbeitersohn Hans provoziert. Im Laufe des gruppendynamischen Prozesses endet auch die Erotik der Jungen in Gewalt und Frustration. So. Ganz! Bitte? Ganz! Ah, ― 1959 drehte Sophia Loren in Wien den Film Olympia. Maria Callas flirtete mit Onassis. Und in den Kinos spielte man Wir Wunderkinder mit Hans-Jörg Fellmi. Haier und kleine Fische mit Hans-Jörg Fellmi. Sebastian Kneipp, ein großes Leben, ohne Hans-Jörg Fellmi. Die Tatsache, dass Kinder oder Jugendliche ihre Familien ausrotten, ist bekannt. Und über die Jahrhunderte hinweg hat es auch immer wieder gegeben. Erst in letzter Zeit ist es wieder geschehen. In dem Film wird gezeigt, warum Gewalt entsteht und wie Gewalt entsteht. Einmal durch diese prekäre Situation der kleinen Familie, von der man ja nun wirklich nicht nur seit Marx und Engels weiß, dass sie der Hort von Gewalt sind, ist, sondern auch durch diesen krassen Materialismus, der ja in diesen Aufbaujahren besonders ausgeprägt war, wo die Leute einfach an nichts anderes denken konnten und wollten, als an Erwerb von Gütern. Sehr wichtig war mir auch, die gesellschaftliche Determiniertheit von Handeln, auch von Liebe übrigens, zu zeigen. Dass man sich nicht einfach irgendjemand als Liebesobjekt auswählt, sondern dass damit immer ein Statusdenken verbunden ist, was ja also nahtlos mit diesen ökonomischen Gegebenheiten zusammentrifft. Dass es in diesem Stück gieren diese beiden Jungen ganz hoffnungslos hinter dem Mädchen aus reichem Haus her, das eigentlich als einzige souverän ist in dieser Geschichte, weil sie als einzige aufgrund ihrer besonders guten ökonomischen Lage sich frei entscheiden kann, was sie tut und was nicht und dadurch eigentlich viel anarchistischer ist als der kleinbürgerliche Junge, der zwar immer nur redet, aber letztlich nichts möchte als aufsteigen in eine bessere Schicht, in eine bessere Klasse als die, in der er lebt. Der Aufstieg in eine bessere Klasse findet im Film Die Ausgesperrten nicht statt. Vielmehr kommt es als Ausdruck von absoluter Machtlosigkeit und Verzweiflung zu einem furchtbaren Mord. Peter erkennt sein Versagen als Liebender und als Verbrecher und entscheidet sich für die Ausrottung seiner Familie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017